Die Jungfahrtfinderung des Stammes, Antoine des Zeugs, Superiorei, macht der DPSG präsentiert. Ich begrüße Sie heute ganz herzlich. Wir möchten heute unseren besten Ritter des Landes küren. Dazu haben wir zwei Kandidaten eingeladen. Auf der linken Seite unseren Litter Ranzelot und auf der rechten Seite den Ritter Kunibert. Möge der Bessere gewinnen. Ja, weg damit. Die Lanze hat keinen Sieger gebracht. Jetzt muss das Schwert entscheiden. Freiheit für die Welt. Freiheit für die Welt. Nein, nein, nein. Ich habe Sie nicht verstanden. Wiederholen Sie bitte Ihre Angabe. Möchten Sie drei Banalen, wählen Sie bitte die Eins. Haltet den Dieb, haltet den Dieb. Nach einem Schwert geklaut. Oh mein Gott, so viel Blut. Ich kippe. Oh mein Gott, sie haben die Prinzessin, sie haben die Prinzessin. Die Truppen des Königs greifen an und möchten die Prinzessin aus den Fängen des Ritter Kunibert befreien. Doch der König wusste sie zu retten. Er schickte seinen besten Mantel. Rettus Maximus. Rettus Maximus stürmt die Burg. Er tötet alle, die ihm in den Weg kommen. Er öffnet das Verlies für die Prinzessin. Sie kann fliehen mit ihrem Vater zusammen. Er legt noch alles in Schutt und Asche und alle sind hell. Rettus Maximus.